Eigentlich sieht es gar nicht so gut aus an den Aktienmärkten aktuell, der DAX, wir haben es hier gesehen, deutlich nach unten, aber und jetzt kommt das Gute, es sieht ja nicht so schlimm aktuell aus, wenn wir zumindest das ganz hintere Ende angucken, der Kurs etwas erholt und wenigstens nicht mehr ganz so sehr in der Gefahr. Na gut, wollen wir es mal so hinnehmen? Sicherlich ein gewisser Beitrag, den hat die EZB geleistet heute, die hatte ja heute Mittag verkündet, die Anleihekäufe, das war also erwartet worden, zurückzufahren, aber wohl erst im vierten Quartal, wenn ich das richtig gesehen habe, also zumindest mal jetzt direkt erstmal nicht wirklich aggressives Vorgehen, was das angeht. Wir können also hoffen, wir können davon ausgehen, dass noch ein bisschen mehr Geld in die Märkte kommt und ja auch die leichte Rückführung nicht dazu führt, dass es eben komplett aufhört, sondern einfach nur ein bisschen weniger ist. Na gut, wollen wir das mal so hinnehmen? Die Märkte haben es eher positiv aufgefasst, was wir jetzt hier sehen, der DAX zumindest mal ein wenig nach oben. Insgesamt noch allerdings die Abwärtsbewegung eben völlig ohne Dynamik. Dieses Teilstück hier schon, aber so dieser Gesamteindruck ist eben einfach noch korrektiv und insofern würde es mich nicht wundern, wenn der Kurs hier nochmal nach oben geht. Es ist noch nicht das, wie eine scharfe Abwärtsbewegung aussieht. Ihr seht das hier auch im 15-Minuten-Chart. Klar, es gibt Gegenbewegungen. Hier haben wir zum Beispiel eine, da hoch. Wir haben hier eine hoch. Überschneidet. Wir haben hier eine hoch. Überschneidet hier. Wir haben hier eine hoch. Überschneidet hier. Wir haben hier eine hoch. Überschneidet. Ist nicht typischerweise das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, ich will jetzt mal richtig Gas geben. Also, ich weiß es nicht. Ich bin zwar übergeordnet nach wie vor nicht glücklich mit diesem Anstieg, denn hier haben wir diese Überschneidung im großen Bild auf dem Weg nach oben, weshalb ich ja vermute, dass der Kurs hier realistische Chancen hat, nochmal hinzukommen. Aber aktuell, nach diesem Ding, was wir jetzt hier haben, das ist eben aktuell noch nicht der Zieltreiber für die Richtung. Also, ich würde sagen, ja, dieses Ding schon, aber eben nicht sofort, sondern vielleicht erst nochmal nach einer gewissen Pause. Wir werden es sehen, aber zumindest jetzt nicht wirklich aggressiv für die Short-Seite zu erkennen, zumindest mal. Ich mag natürlich auch falsch liegen, aber das ist zumindest mal das normalere Standardprozedere. Wenn die Marktteilnehmer so unterwegs sind, ist das nicht das beste Zeichen für die entsprechende Richtung. Im Großen, wie gesagt, hier nach oben und im Kleinen hier, wie gesagt, nach unten noch nicht so richtig entschieden. Wir sehen damit aber auch die Unbestimmtheit, sagen wir mal, im DAX, dass man sich noch nicht festlegen mag. Ich weiß, dass es für viele total unzufrieden stellt. Man muss das doch entscheiden können. Ja, die Marktteilnehmer haben sich nicht entschieden. Es geht gar nicht darum, ob ich mich entscheide. Ich könnte mich zur Not entscheiden. Ich bestimme einfach mal was. Das Blöde ist, der Markt hört ja nicht auf mich. Aber die Marktteilnehmer haben sich nicht entschieden, weil sonst würden sie sich nicht in der Summe, nicht der Einzelne, aber in der Summe genauso verhalten. Das ist also ein schönes Indiz dafür, dass die Marktteilnehmer eben das tatsächlich noch nicht festgelegt haben. Schauen wir mal auf den Dow Jones und der ist im Moment relativ gut nach oben unterwegs und wenn wir mal im kurzen Bild bleiben, sehen wir ja, dass wir sogar hier, da hatten wir Rücksetzer, da haben wir Rücksetzer, keine Überschneidung. Nehmen wir das mal als eine gesamte Seitwärtsbewegung. Hier, zack. Also keine Überschneidung ist zugegeben eine ziemlich knappe Kiste, aber es ist also wirklich da eine knappe Kiste, dass er hier das berührt hat. Das ist zumindest mal deutlich positiver, als wenn die permanent in die gleiche Richtung, die Gegenbewegung, also schaut es euch hier an, das ist eine Aufwärtsbewegung. Ganz klar ist es eine Aufwärtsbewegung. Die geht nach oben. Machen wir uns nichts vor. Aber Gegenbewegung, 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 das ist genau das doofe Beispiel. Das haben wir hier jetzt zumindest mal nicht. Wir haben zwar hier eine Gegenbewegung, hier haben wir eine Gegenbewegung, wir haben hier eine Gegenbewegung. Die sind überlappungsfrei, wenn sie sich auch gerade berühren, aber noch kann man sagen, naja, mit einem blauen Auge davon gekommen. Zumindest ist das ein deutlich stärkeres Zeichen. Im Moment der Markt also gar nicht so schlecht nach oben unterwegs. Das bedeutet, dass auch hier der Markt noch nicht wirklich diese Marke, ich habe sie hier noch anmarkiert, jetzt direkt anstrebt. Im Gegenteil, ich würde mich nicht wundern, und das würde ja zu den DAX-Überlegungen sogar passen, wenn der Kurs dann doch nochmal ein neues Hoch hier macht und später dann erst hier runterkommt. Und nichtsdestotrotz, die Aufwärtsberichtung auch beim Dow Jones eher doof, was die Aufwärtsseite angeht. Für den S&P sieht die Situation anders aus. Zwar hatten wir hier das auch mit den Kursüberschneidungen und dementsprechend folgerichtig auch vorläufig erstmal ein Rücksetzer. Die Größe des Rücksetzers ist natürlich nicht jetzt gemacht, dass, wenn das Ding hier passiert, muss es Kilometer tief fallen. Ein Mindestding ist immer so der Start dieser Wackelkiste. Ja, die haben wir gesehen, das lohnt sich nicht immer, dass man das handelt, aber dann hat man so eine gewisse Orientierung. Das darf mehr sein, das ist nicht das Ding, das kann sogar deutlich mehr sein, aber das ist so diese Mindestanforderung. Und ihr seht, da fing dann der Markt dann auch an, als wir diese Marke hier erreicht haben. Hier ebenfalls Gegenbewegung, 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 alles mit Kursüberschneidung. Also hier wieder genau das Gleiche. Da ist schon nachvollziehbar, dass das vorläufig nicht der Stein der Weisen ist, sondern eine gute Chance hat erstmal für einen Dreh. Dieser ist zumindest aktuell erstmal sehr dynamisch nach oben. Das lässt mal hoffen, dass, wenn es nachher nur noch eine Korrektur gibt hier, dass wir dann sogar das Ganze nochmal fortsetzen. Also vielleicht damit sogar alles vom Tisch ist schon. Ja, von wegen hier, Warren, hast du erzählt, da unten geht er rein. Ja, typischerweise tut er das. Ganz ausschließend können wir natürlich noch nicht, dass er das zum späteren Zeitpunkt noch tut. Das müssen wir noch beobachten. Aber käme er hier jetzt wackelig runter, dann wäre dann diese Fortsetzung später erst nochmal dran, weil er müsste dann ja, wenn er gewackelt hat und er das Ganze hier triggert, triggert eigentlich die Oberseite nochmal abgrasen. Also sprich, das, was wir vorne haben hier hinten. Das wäre nun mal das typische Bild. Der Markt liebt Symmetrien. Wie gut das funktioniert, haben wir ja hier mit den Zwischentiefs dann immer wieder gesehen. Auch wenn das natürlich nicht immer der Fall ist. Wollen wir das nicht verhehlen, dass das nicht zwangsweise ist, aber es ist nun mal eine sehr gute Orientierungshilfe. Nasdaq gucken wir uns natürlich auch noch an. Nasdaq müsste eigentlich, um es richtig schön zu machen, auch noch da reingehen. Diesen letzten Anstieg, den wir jetzt haben, der schließt das nicht aus. Aber er verzögert das Ganze halt nach hinten. Aber für einen richtig Bullenmarkt werden wir mal sehen, wie die Sache ist. Wenn wir allerdings hier durch dieses Tief gehen, 15.550, dann haben wir spätestens dann. Also schon doof wäre, wenn wir jetzt hier einen Rücksetzer haben, der idealerweise ähnlich groß ist wie der. Ja, können wir ganz grob mal hier messen. Wenn wir so einen Rücksetzer hier bekommen, der darf ruhig auch wackeln. Das ist erstmal egal, aber die Größe ungefähr die. Und zwar mit diesem Tief niedriger als das. Ah, wäre doof. Weil dann wären wir ja in der Aufwärtsbewegung wieder mit Kursüberschneidung. Und damit wäre das wieder nicht gut. Wer jetzt total verwirrt ist und sagt, funktioniert das immer? Nein, es funktioniert natürlich nicht immer. Es ist kein, es gibt ein paar Sondersituationen. Ich sage das jetzt mal bewusst so. Das ist dann die Ausrede, wenn man dann nachher sagt, ja, siehst du, hat nicht geklappt. Aber es geht gar nicht für uns Händler um Ausrede oder nicht, sondern es geht darum, wenn es mehrheitlich funktioniert, kann ich mehrheitlich damit Geld verdienen. Und zwischendurch halt blöderweise Geld verlieren. Aber eben im Durchschnitt bleibt eben mehr hängen. Und das ist das alles Entscheidende, weshalb das Ganze funktioniert. So, also soweit die Standardmärkte. Jetzt gucken wir einen Blick nochmal auf Gold. Gold ist nämlich in mehrfacher Hinsicht ganz interessant. Ich hatte gestern ja einen Trade dazu schon veröffentlicht, für den einen oder anderen über den Trade des Tages zu sehen. Er ist noch gültig. Er ist noch nicht getriggert. Also wer noch nicht drin ist und bei Gold sagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstellen soll, wo soll ich denn ganz konkret rein? Ihr könnt euch kostenfrei anmelden für den Trade des Tages. Wer bei Born for Trading mit dabei ist, auch das könnt ihr ja mal ausprobieren. Der hat das sowieso schon bekommen. Der kriegt da die Marken ja von mir regelmäßig, ganz viele sogar, für ein ganzes Portfolio von Trades. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, das ist das, was wir hier aktuell gerade schon drin haben. Ein Teil davon, wir haben noch mehr. Ihr seht das, da sind noch mehr Trades, die gerade aktiv schon sind. Und ihr seht es an den Grauen, da rutschen schon die Nächsten nach. Und hier sehen wir gerade, naja, ein Lucky Punch, der hat dann mal ins Ziel geführt. Aber das ist natürlich nicht so selten. Das ist halt Statistik, das Ganze. Soweit dieses hier. Euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag. Macht's gut und viel Erfolg.